So Leute, wir sind jetzt hier bei einer verlassenen Gruselbude. Guckt euch das mal an, Alter. Jeder hat Schiss da rein zu gehen, Alter Schwede. Ehrenmann, Abfahrt. Alter Schwede. Wartet Jungs, wartet Jungs. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ich muss kackeln. Schmerzt meine Arme. Ja, Mann, wenigstens. Ja, das ist doch passend zu stehen. Scheiße. Genau, das ist ja von draußen. Leute, das ist eine Bude. Scheiße. Aber kein Wunder, das ist das Ding. Ist das hier nicht wie die Woche? Das hat schon einen hohen Wert, ne? Ne, nicht mit dem Rahmen, Jungs. Nicht mit dem Rahmen. Für die Gemülle, ja, aber die Küche ist doch hier. Ja. Denkst du? Ja, meine Oma hatte auch so. Na, was hast du? Das will, was meine Oma hat so sein. Da ist die Küche, wa? Alter, die Gläser sehen auch recht in Ordnung aus. Das ist heilige Scheiße. Alter. Das will doch mal richtig, ey. Ja. Alter, da stehen Gläser noch drin, ne? Wie neu. Ne Glühbirne. Wird mich nicht wundern, wenn das Licht hier noch geht, oder? Guck mal. Ne. Gucken geht nicht mehr. Ah, hier ist da draußen, oder? Ja, da sieht man da ein bisschen nach. Ja. Zeig ich mir hier, Alex, hier war ich noch nicht. Eieieiei, das ist so schön mit dem Boot. Eieiei, scheiße. Alter, die machen alle Struggle. Verständlich. Bei der Bude hier. Ist das wer im Keller, oder ginge ich? Ne. Sollen wir den Keller erst absichern, oder? Ja. Ja, das war eigentlich. Das hab ich auch schon in der Tat versichern. Lass hochgehen. Ehrlich, wenn ich hier die Pfeffer runter galopiert bin. Aber Alter, das geht noch weiter hoch, ne? Ja, das ist ein riesen Teil, ne? Ja, dann geht doch jetzt mal vielleicht noch ein Stück weiter. Das war eigentlich auch hier oben. Ja, wenn ich hier oben nicht gehe, das ist so räudig hier oben. Ich wollte gerade sagen, Alter. Du siehst nicht, wie das hier oben ist und alle sehen können. Hallo? 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 Kann man irgendwann mit nem Datum stehen. 1990? Never. Stehe was mit 1990. Scheiße, das geht dir mit dem Licht trotzdem nicht her. 2012. Das schreckt ja zu dir gar nicht, wenn man hier in so'n scheiß Blöck geht. Ist die Bude noch gut? Da hat doch nicht mal Substanz. Und läuft in die Decke wohl noch. Hier läuft ganz andere Sachen, Dinger. Das ist draußen, aber... Mir ist das zu dir durch. Ich stehe mal hüte zum C, ja. Junge, Junge. Was ist das denn für eine CD, Alter? Ich mach diese Lampen immer, Alter. Das ist richtig creepy. Was ist das, Alter? Ein Plattenspiel, Alter. Keine Ahnung. Alter Schwede. Hier hoch seid ihr nicht? Heute noch nicht? Ja. Gehen wir noch nach ganz oben? Also, sollen wir noch hören? Ja. Komm. Ja. Wenn schon, denn schon, Alter. Das ist das gleiche Dinger. Alter Schwede. Alter, ist hier ne Dachterrasse. WTF. Krass. Das ist ne Dachterrasse. Alter, geht's noch ganz hoch. Guck mal. Junge, Junge, Junge. Das sieht schon eher so aus wie da. Aber alles rum. Bei den Metern ist das... Scheißhaus. Was immer das ist. Das ist ein Teil eigentlich. Guck mal. Das Dachterrasse ist schon geil. Da ganz hoch lohnt ich glaube ich nicht. Nee. Alter, was ist denn da passiert, Junge? Wir hatten da gegen die Wand geschissen auch. Wenn wir laufen sollten, ja. Laufen sollten müssen, ne? Ja. Dann bleib trotzdem ruhig. Ja, ich hab die Tüge raus. Alter Schwede. Dicker. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge. Alter. Was ist das denn? Ich hab grad ein bisschen gemauelt. Ja, hab ich da safe. So, mal gucken was das ist, ey. Keine Ahnung. Was für ne Weihnachtstheke hier. Alter Schwede. Wieso hupt der? Es wird gehupt, ne? Nein. Nein? Was war das für ein Geräusch? Ja. Aber safe, hier ist keiner drin zum Glück. Nein. Alter, was ist das denn hier? Ja. Ja. Doch, aber nicht das ganze Haus. Wirst du da jetzt immerhin hoch, oder was? Ja komm, ich geh auch. Alter Schwede. Ich hab grad mal geguckt, da standen Sachen, die abgelaufen sind 2012. Da waren aber Postbriefmarken von 1990. Das ist schon so ne 90er Bude, aber ich denke, wurde noch bewohnt bis 2012 oder so. Hefte aus 90er, 80er. Ja. Typische Schuhausen. Ja. Und ich denk, Weihnachten wurde das verlassen, weil überall geschmückt war. Und es war ein Alkoholikerhaus, glaub ich, weil hier sind überall Wodkaflaschen, ne? Ja, glaub ich. Das kann auch einfach nur Penner sein, ne? Ja, kann natürlich auch sein, ne? Ja. Was mich ein bisschen so das weg macht, ist einfach, das Haus ist voll eingerichtet. Relativ warm noch, und hier ist keiner drin. Das stimmt, ja. Das hat mich auch gewundert, als ich hier reingeschritten hab. Das ist doch besser, als so ne, wo Fenster alles wechseln. Ja, klar. Deswegen hatten wir schon stark damit gerechnet, dass hier eigentlich ein Junkie drin ist, ne? Weil es ist ja auch nicht kalt hier drin jetzt, ne? Ja, hier oben schon. Ja, klar. Wie in nem Dach. Aber unten war schon in Ordnung. Jetzt wird's randaliert. Scheiße. Alter, die Dachterrasse ist ja mal mulzig. Alter, was machen die da unten? Junge, da bin ich einmal nicht da. Alter. Junge, diese Bude, alter. Heilige Scheiße. Alter, die Nike sind aber noch null. Alter. Die Nike sind aber noch null. Wann hinten? Keine Ahnung. Ja. Ja, ich schreibe das eigentlich immer auf. Komm, wir gehen in den Keller. Da haben die Stufen kaputt. Ach echt? Ja, das ist sehr vermorscht. Oh, ne, das kann ein Einbrechen. Dann kommen wir nicht mehr hoch. Ja, doch schon. Aber das wird schwieriger. Und je nachdem, wenn da wirklich einer unten ist. Dann haben wir eine Arschkarte. Dann kommen wir echt nicht schnell. Alec! Boit!